Hallo! Hallo! Ähm, und dann hätte ich gern noch ein Croissant, bitte. Alles klar. Haben Sie auch getankt? Nee, wieso? Haben Sie denn Benzin? Ich habe überall geguckt, aber ich habe keins gefunden. Da bin ich total blind. Hä? Draußen. Ach so, sehen Sie, da habe ich gar nicht geguckt. Da gucke ich schnell welches, ja? Ich beeile mich. Ich sehe es nicht. Wo denn? Hier ist nichts. Na, da. Sorry. Da habe ich aber Glück, dass ich das letzte Benzin noch erwischt habe. Wie ist denn das? Kriege ich da eigentlich einen Preisnachlass? Na ja, das ist ja schon angebrochen. Ja. 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 Ja.